Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Düsseltal. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 108 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 2800 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.